Musik Musik Ihr habt es gesehen, mein Merch ist endlich, endlich, endlich draußen. Ich wurde so oft gefragt, wann der Merch endlich kommt, wann ich überhaupt meinen Merch rausbringe. Und hier ist er. Der Desron und ich haben da wirklich lange dran gearbeitet, dafür, dass wir ein möglichst großes Spektrum an Möglichkeiten für euch rausarbeiten, dass wir für jeden was dabei haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es uns gelungen ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Teil ihr am coolsten findet. Ich muss sagen, ich finde den Pulli hier am coolsten. Das ist der mit dem Fuchsmotiv mittig. Der ist so weich, aber die ganzen Pullis sind richtig weich. Wirklich von jedem, den ich den Merch gezeigt habe, war die Reaktion ungefähr so. Oh mein Gott, so weich. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass der Merch endlich draußen ist. Ich bin gerade echt super aufgeregt. Wenn der Merch euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen auf das Video. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr cool findet, was euch vielleicht nicht so gefällt. Und ob ihr euch vielleicht sowas holen werdet. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Resonanz. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.